Exzellente Wärme- und Schalldämmereigenschaften, eine Vielzahl an Farb- und Holzoptiken, eine lange Lebensdauer. Viele Gründe sprechen für das Ideal 5000 in halbflächenversetzter Optik. Es bedarf langjähriger Erfahrung und einer enormen technischen Leistung, um den Werkstoff-Kunststoff so weiter zu verarbeiten, dass die bereits hervorragenden Grundeigenschaften des Materials im Fenster weiter entfaltet werden. Unser System Ideal 5000 bietet alle Notwendigkeiten, die ein hervorragendes Fenster ausmachen. Ein qualitativ hochwertiges Fünfkammerfensterprofil mit verschraubter Stahleinlage, ein Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungsebenen sowie eine Zweifach- oder Dreifachmarkenisolierverglasung sorgen dafür, dass die Wärme da bleibt, wo sie hingehört.